ja so moin ähm ja kleines Ankündigungsvideo und zwar um 23 Uhr heute gibt es wieder Minecraft äh gestreamt von mir natürlich ja was werde ich machen ich werde wahrscheinlich für Singleplayer Let's Play aufnehmen und ja falls ihr nichts zu tun habt könnt ihr auf der Livestreamseite gehen und eigentlich auf auf einen von den beiden Smiley's äh klicken und gucken was passiert und ihr sollt nicht dann auf die Werbung klicken nein sollt ihr nicht, sollt ihr nicht, nein 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 ja sollt's gewesen sein wir sehen uns dann wir freuen wenn ihr vorbei kommen würdet und ja haut rein